irgendwie hat jetzt das gerät von sich aus einfach angehalten ja wir suchen mal ein bisschen an so ungefähr sieht es dann aus dann wird das hier schön runter geklappt wie schaut das jetzt aus ja schön mit licht alles gut zu sehen naja und falls da wirklich mal was keimt werden wir das dann veröffentlichen das freunde hier nochmal die fingerchen